Ihr habt ja gesagt, grüner Drops Castle Ingenieurs, ne? Ja. Okay. Warum werde ich abgestochen? Weil er macht vor der Freizeit der Zuschlage. ARD Text im Auftrag von funk 1950 sin Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin fast zusammen, aber ich möchte ihn nicht setzen. Bevor wir nicht auch den Staff haben für das andere. Sonst lege ich ihn nämlich jetzt erstmal in unsere Schnecke. Und wir setzen ihn dann, wenn wir auch gleichzeitig das Schild craften können, damit wir nicht zu leicht entdeckbar sind. Ja, der Replikator macht ja den Strahl in die Höhe. Er ist groß, er ist so groß wie eine Industrial Forge, größer noch. Ach ja, stimmt ja, das ist ja die Smitty dafür. Ja, die große Kugel. Ach, scheiße. Der kann Smitty macht dieses Ding da in der Luft. Ja, okay, für dieses Ding hätte ich hier X-Abbau, mal nochmal ein extra Gebäude, anders da geht es ja nicht. Das Ding kommt oben drauf auf die jetzige Base. Ja, dann gibst du dir das sicher. Ja, der muss, weil wir das Tech-Schild haben. Ja, okay. Wobei, dadurch, dass wir die Schnecken haben, geht uns das Element ähnlich aus. Ja. Für das Schild. Und dann musst du es auch so sehen, wenn die dann den Schildschild durchbrechen, dann ist eh alles futsch. Marco, wie läuft's? Habt'n schon bei. Bei Gelegenheit. Natürlich ist es später, müssen wir uns auf jeden Fall noch einen zweiten Ding machen. Noch einen zweiten Schildgenerator, du weißt warum irgendwie. Wenn das Schild down ist, ist der Generator kaputt. Es dauert fünf Minuten, bis du neines Schild aufgebaut hast. Wenn der andere kaputt ist. Ja. Fünf Minuten muss ich dann die Base der Fall. Ja. Wenn man sich während des Schildaufbaus bewegen, dann werden sie rausgeschlagen. Wenn sie sich nicht bewegen, wenn sie intelligent waren, sich nicht bewegen, werden sie nicht rausgeschlagen. Ja, aber für diesen Fall hätten wir halt dann die Möglichkeit, vielleicht einen Low-Level-Deployer-Dopus zu besorgen, nur auf Lebensskillen und so die Leute rausschubsen. Also ich würd' den Mikroraptor von der Base oben werfen, wenn einer drin ist. Weil dann ist er runtergequirbt und dann macht er zurück die Rechte. Ja. Dann baue ich jetzt den Tag-Replikator. Ich baue dann jetzt den Tag-Replikator, oder? Dann... Okay, man kann ihn hier doch nicht herstellen. Was? Aber nicht. Was kann man nicht herstellen? Also hier steht eigentlich, dass man's herstellen kann. Er ist ja hier aufgeführt, aber ich kann ihn nicht herstellen. Ist der Fabrikator an. Ach. Äh, ist jemand von euch mit der Tüla-Coleo unterwegs? Nein, du bestellst mit der Tüla-Coleo. Wir haben gar keinen. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Hier ist jemand, hier ist jemand, hat mir vorbeigesprungen mit der Tüla-Coleo. Okay, wenn er dich sieht, äh... Kam von der Carsten-Engineers-Base. Er hat mich gesehen. Ja, okay, dann renn in die Entgegengesetz-Richtung einfach mal. Nicht zur Base. Wie so, als wenn du zur Base rennen willst, aber exaktivieren die Entgegengesetz-Richtung. Oder kämpfen. Ich habe den Text nicht gefunden. Text nicht gefunden. Haben wir gesehen. Ja, ich bin fast... Und ich komme? Äh, ich bin direkt... Ich weiß nicht, wo er hier ist. Er hat mich verfolgt und plötzlich ist er weg gewesen. Äh, er will nicht zum Weiten verfolgen. Nein, 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 nein. Der ist nicht zum getemnten Tier hin. Hat er das gesehen? Ich hoffe es mal nicht. Sieht aus wie ein Stein. Okay. Das Problem ist, er wird wahrscheinlich gleich mit Verstärkung auftauchen. Und dafür brauche ich dich wirklich an jemanden hier. Ja, ich habe nur Pferd und eine Bazooka habe ich nicht. Ah. Deswegen solltest du dich... Äh, ich könnte das den Terror-Berf nehmen. Vielleicht ist der besser. Ich sehe schon, geht der Bazooka. Wir können das maximal mit dem Terror-Berf also ablenken. Sie sind 87, dann habe ich das Level nicht für. 87, ich bin 87. Der war ursprünglich weg. Ich denke mal, der ist runter ins Wasser gesprungen. Jojojo. Wir haben ihre Grafik total lose. Das sehen sie mich hinter den Steinen. Das ist scheiße. Hm. Na, kommt vor. Außer, ja, ich bin noch eine Tech-Schnecke mit. Ja, komm. Ja, ich bin schon an der Welt. Ja, ja. Ich muss nur noch zur Tür rein. Ich muss hier jetzt zu machen. Ich schaue schon nach, wie weit die Tilla-Kolleo ist. Hinten hinwerfen. 70% erst in die Krise. Du musst in die Tür rein. Damit die Schnecke auch drin ist. Wir brauchen eine Schießpulver. Da unten drinne. Jo, Rocky ist drinne. Inti. Wie viele Leute gegnerst? Ich kann 28 Stück machen. Mach nur 10. Ja, mach nur 10. Jo. Ich hab jetzt 11 gemacht. Also 5 Mal muss er wahrscheinlich noch fressen, weil ich hab nicht genug Matten da. Kann mir jemand vielleicht nochmal Matten bringen? Dann ist er mit 3 Mal fressen fertig. Wo hast du das? Hinten im Lagerfeuer. Da ist ein Kistrinner. Da ist ein Bin. An der Außenseite. Rechts an der Außenseite, ja. Welcher? Na da. Weißt du noch, wo ich war? Wo der englützt ihn. Du kannst mit dem Terrorbird geradewegs rüberfliegen, ne? Na, kann man nicht. Man kommt nicht rüber. Soll ich irgendwo um unsere Base jetzt Gates dann setzen? Oder echt wirklich noch warten? Nee, ich will nicht. Noch warten. Also bin ich dafür. Weil ja auch sind wir halt ziemlich unauffällig, sag ich mal. Ja. Durch die ganzen, äh, den durch die ganzen Bäume ausräumen. Ja, genau. Und an den Blättern vorbei siehst du nochmal Gates. Ja, und sobald wir Gates setzen, werden wir dann halt wieder, soll ich mal, sichtbar. Also es fehlen uns jetzt Polymer und halt wieder 5.000 Metall. Ja. Polymer kann Marco sagen. Wie brauchst du denn? Wie viel brauchst du denn? Äh, ungefähr 100. Äh, ungefähr 100. Damit mal wieder fürs Schild zusammen haben. Ja, mehr als 1.000. Guck mal in den Schrank rein. Da sind noch... Nee, ich hab das schon. Im Fabricator hab ich 2.000 reingepackt. Ja, aber ich hab doch grad den Tech-Replikator hergestellt und dann wurden Rockys hergestellt, grad. Ach so. Und Raketenschuss. Äh, in das hier... Da hast du wieder 300. So, ich brauch ein Basilosattel. So, ein Pferd, ein Pferd. Ich bin im Arsch, ey, er schreckt mich halt. Ein Pferd ist Futter, 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 Futter. Ja, 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 ist gut. Und 50 Metall. Danke. Ey, schau mal da hinten hin, wie viele Pferd-Terra das sind. Ab nochmal, oder? 94%, okay. Ich hätt's glaub ich doch nicht gebraucht. Aber egal. Besser, äh, lieber so als gar nicht. Ähm... Töler-College du ich dann einfach, äh... Meinen hochbringen, du den Sattel abnehmen, du den... Oder, kannst du schnell nach Hause einen Sattel machen? Ich hab den Sattel dafür an. Oh. Geh los, ich mach los. Ich glaub ich bin der Einzige. Geh, ich bleib du. Geh, ich bleib du. Okay. Also hier wer gibt's hier? Äh... Geh halt in die Kansicht, damit du früh genug siehst, dass da jemand kommt. Ey, mach euch die Tüler-College. Weil noch wissen sie nicht, dass da ein Tüler ist. Ungefähr einst ... Och, mal verariť. Wärts. Und jetzt mal die Tüler-College. Oh, du wão bist du mit. Und jetzt dich da viel zu tun. Oh, du wirst denn? Sonsten. OLE, Der ist ja schon mal eine Tüler-Motik. Nach dem Kansicht ist ja so weib. Und dann schon mal die Tüler-Motik. Und dann so weiter die Tüler-Motik. Und jetzt auch der Tüler-Motik. Eine Tüler-Motik. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Katzen sind da Wer die Möglichkeit hat, bitte auf den neuen Trailer Koleo drauf, damit der gelevelt wird, dein Pferd musst du noch holen Der hat ein bisschen schlechtere Lebenswerte als der andere Der hat Stamina mehr Ja, das ist gut, dass nicht das gilt, ist das Weibchen Wenn der Weibchen rauskommt, ist das gut Wenn der Weibchen rauskommt, ist das gut Wir müssen die Scheiße aufheben Alle immer kacken Ach, schade kann ich grad nicht Kann kacken doch auf Z, oder? Nein, das ist ein Block Z war früher, das haben sie doch dann das Gruppenwizzle-Zeugs hingemacht Was? Wir haben das Gruppenwizzle hingemacht Wir haben sogar schon ein Fertilizer Wow, wow Wow Irgendwann muss man los mit dem Dulos Naja, ein Fertilizer durch drei Kacke und 50 Setsch in einer halben Stunde Wir bräuchten eigentlich Dankbieter Wulkan Mhm Megalania Die Pferde haben ein Herz, irgendwo muss so weit schüttbar sein Was? Nein, das haben die auch so Doch, die haben tatsächlich, äh Die haben die nicht so Natürlich, das 208er ganz links ist ein Female und das nebendran ein Male Gut, dann machen die High-Level zusammen Vielleicht ist denn das Highlight wirklich Eins von den beiden Weibchen kannst du schon nehmen Das Weibchen ist jetzt schwanger Die Turrets stehen auf, äh, Dinos, ne? Oh Dann geh Äh, was wird denn das jetzt? Umstellen Kurz Gnach direkt wieder umstellen Alter Nein, mein, mein Pilacoleo rennt, äh, rennt einfach, obwohl er schon nicht mehr auf, äh, vonnen Du musst mit dem Weiblichen hier vorne an die Ding, an die Feuer gehen Hier so, weil dann schießen keine Turrets drauf Ich bin überladen Achso, stimmt, ich höre noch 20.000, äh, seit 3.000 Steine Da kann man auf den Namen Nur Spieler oder gezähmte Die Baby-Dinos sind gezähmte Dinos, ne? Dann bringen sie weg Ja, anmachen, wenn ihr fertig seid Und dauert dann Jetzt stellt's um auf nur Spieler Leute, da kriegt man Schaden? Ja, das ist ein Petri hinten am Lagerfeuer, hat sich festgepackt Da ist es überhaupt rumhauen Ja, gleich Warum habt ihr das ja, warum habt ihr jetzt draufgehauen jetzt? Weil ich falsch brauchte Ja, aber hätte das da, Kämpfer hätte das machen lassen, wäre es besser gewesen Wieso? Weil, äh, wir verursachen Schaden und es halt wiederum heißt, es werden Zahlen angezeigt Hast du mal überlegt, wie doll diese Base leuchtet? Die, das sieht man nicht, wenn man da unten in einer Klippe entlang möchte Aber die Zahlen sieht man Ja, man muss den Berries, mich hat's umgehauen Äh, was ist irgendwie los? Zweck ihn mal auf, oder? Irgendwie? Hast du's denn Berries? Nein Ja, habe ich Äh Was ist denn das Problem? Ne, ich hab's den Berries Ja, krieg mal Mo Jetzt hast halt ewig Hunger Jawohl Das ist egal Er kriegt ein paar Karotten, wie er sagt Nicht so viel Ja, ich stehe schon wieder Habt ihr ein paar Karotten ins Inventar gelegt? Die machen Wasser und Nahrung Nein, ich will die scheiß Kacke im Nahrung Und? Ich setz mich mal auf das Weibchen ein bisschen, dass das auch geläfft wird Wir brauchen, ähm, Metall Okay, ich hab's verstanden Marcella will gehen Ja Der hier, der die Babykatze in Empfang hat, kann sich auf das Weibchen setzen Ähm, wer ist das hier rechts im Gorn? Wer hat gesagt, er nimmt das Baby? Impi Okay, Impi, setz dich bitte auf die Katze So Wo ist der an Knölen? Ah, da Spi, Maulesel... Ich muss... Ah Wo ist der... Wo ist der... Ich nenn... Maul... Maulesel nenn ich jetzt Weibchen Das ist meiner Maulesel Meins, mit dem ich die ganze Zeit rumlaufe Nö Den tame ich schon die ganze Zeit Nö Äh, mit dem, äh, mit dem farme ich schon die ganze Zeit Kann nicht zünden, hab ich die ganze Zeit um am Arsch Nö Warte, 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 wir haben zwei Stück... Wir haben zwei Stück, wir haben... wir haben zwei Stück mit 5200 Welt Ey, wie? Okay Alles klar Warte sagen, komm mal auf den Boden Ey, zuerst geht deine Truppen, dann glitscht er vorbei So, können wir? Ja Warte, du Jo Jo Ich farm wieder Karotten, während du die ersten paar Metallsteine... ... abkramst Mhm Hm Wo drüben waren die? Äh, da ist der Flower... Ja Na, da von drüben sind sie Also wir haben schon wieder die Hälfte für den... Ich habe das Schild Okay, gut Also gebt jetzt Gas und nach dem Schild holen wir uns eine Industrial Forge Ja Mhm Ich bin der Zeller, ich bräuchte dich jetzt hier Ja Komm mal Den Stein werde ich überladen sein, obwohl ich kann auch die Steine rausschmeißen Ja Ja, mach erstmal die Steine raus, weil... Ich bring grad noch... ... grad diese... Ja, Luca, was machst du? Cooler Wir kriegen jetzt mit dem... ... mit diesem Megalotser aus Kellen war frei... ... äh... ... im... ähm... ... verbrannten... ... die Bremmer abfahren, dann kriegt man dann noch die... Und Marco ... äh... Ich hab... ... schon zwei Wale Ich muss nur Ruhweißriffen Ja, ich freund was von dem Dreisicher gesagt Ja Ist egal, die Schmutz Ja, okay Ja, ist reich, der hat 5 Tonnen Platz Ist ja nur, dass die... ... Titter... ... Titter alle nicht ein... äh... ... weghauen ... wenn der Angler... ... Angler... ... äh... also der Angler farmt und der Walpass retten auf Im... ... Idealfall Wollt ihr dann demnächst auch mal irgendwas waffentechnisch haben? Ja, Bazooka Und jeder brauche Bazooka Hm... Nach dem Schiff Jo... Soll ich ein paar machen? Nein 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 Hör doch zu! Hm? Ich brauch's nicht... Ich hab Placated Sniper oder... oder kommt Haubo Minimals überladen Geil los Komm mal her, komm mal her, komm mal her Vielleicht mal ein bisschen die Loot-Drops absammeln Ja, Luca, geh mal Loot-Drops suche Oh, okay Pass auf, dass du nicht in Universal-Base zu sein Und geh nicht weg aus den Ingenieurs-Base Ja, aufpassen Und kein High-Level-Tier nehmen Darf ich den Terror-Bird nehmen? Der Terror-Bird schrecklich Jawohl Direkt vor der Tür ist noch ein Hundert-Zweier, kann mal jemand kurz äh betäusen Mach's Hundert-Zweier? Ein Terror-Bird Ja Also unten im Wasser war der Bei dem, wie du schon meinst Ist ein Hundert-Zweier bei Okay, ich bin überladen War nur bei Demo-Tamer Aber ich hoffe, der ist noch gerade bei ihm noch drin Warte auch nicht Warte auch nicht Ah Meinst du unten bei der Ice-Cache Da war das der Horror-Bird oder wo? Ne, bei uns am Raster Da haben wir diesen W Ja, das ist der Okay, wenn das der ist Oh, das lässt natürlich wieder Oh ja, hier sind die Horror-Birds Level 72 Level 102 Hm Wie sind wir da mit dem Teil? Okay, mal den Hundert-Zweier und dann kannst du noch nutzen Der ist genauso wie der, den ich hier gesehen hab Der war auch Hundert-Zweier Ah, jetzt kann man nicht auf die andere Seite spielen oder was? Doch, da Das Pferd folgt immer Ich park's denn wieder ein So folgt dir das Pferd? Nein, dir folg's Das ist zu dir gelaufen So folgt das mir? Ja, ich hab das gerade gepfiffen Doch, weil du überladen warst Nein Ich hab das nicht gepfiffen gehabt Ich war überladen Ich hab's aber Ich hab's aber nicht auf voller gehabt Wem soll ich helfen? Ausladen? Beiden Ähm, Nutella, geh mal Geh mal ein Stück zurück Ich geh rein vor allem Was da ruhig immer wird Ja, warte Ich bin dran komplett überladen Ich muss erst was wegwerfen Nach drin Oh Die ganzen Pferd sind doch alle noch voll Die ganzen Pferd sind doch alle noch voll Müssen das nach außen öffnen Äh, Terror-Birds ist gleich, oder? Ja Ja Problem ist, ich kann immer Ich kann immer nur einen einzigen Stack In der Hauptbase drin Da sind die Fortes fast leer Ja, machst du das? Du wirst nicht überladen Wenn du einen Stack nimmst Ja Ich hab zwei Stacks und bin nicht überladen Äh, nur so als Frage Genau, wir sind mit einem schon überladen Äh, ich bin nicht überladen Dann komm mit dem Pferd vorne hin dann Ich kann eineinhalb Stacks nehmen Echt? Krass, wie viel Rät hast du das gewählt? 1.000 Zimmer Ja, okay Ich hab nur 600 Mit 700 Packs schon ein ganzer Stack 200.000 Rät Aber weißt du wie ich ausgerüstet bin irgendwie? Also ich kann zweieinhalb tragen Dann bin ich langsamer Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Musik Musik Musik